Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte mir heute mal ganz spontan, wir checken einfach ein paar Bases ab. Ihr habt euch ja unter meinem Video fleißig beworben, wo ich die Clan-Führer-Bases abgecheckt habe, wo ich dachte mir, hey, letzte Base-Video ist schon ein bisschen länger her, sodass wir da eine Art kleine Special machen, dass ich jetzt mal wieder ein paar Bases von euch abchecke. Ich habe mir jetzt auch keine rausgesucht, sondern ich mache das ganz spontan, dass ich mir wirklich die Kommentare unter dem Video anschaue. Und wir legen mal los mit der ersten Base. Jetzt mit dem Clan-Tag klappt das Ganze ja wirklich, sage ich mal, wunderbar. Sofern man sich nicht beim Abtippen verschreibt. Aber das, denke ich, sollte ich auch noch hinbekommen. Set Q2-0. Und dann haben wir noch YL. Perfekt. Und das ist Pantera, das schreibt er auch so. Und sein Name ist Jail. Denke ich mal, spricht man das Ganze aus. Schauen wir mal, wo sich Jail versteckt. Da haben wir ihn. Ältester mit 1.397 Pokalen. Gespendetruppen 54. Angefordert noch nicht. Treibt sich momentan in Gold-3 rum. Ich tippe Rathaus 7 oder 8. In dem Fall haben wir 7. Und ja, finde ich auch mal schön, dass man eine Base dabei ist. Hier nicht über das High-Level, sondern auch mal ein bisschen wieder was weiter unten. Rathaus 7 geht hier momentan auf Pokale. Mauern hat er schon alle auf 6. Den inneren Kern sogar schon auf 7. Wo es natürlich Bombe wäre, bevor man es auf Rathaus Level 8 geht. Und du sagst, du ziehst es durch, dass du alle wirklich noch auf 7 bringst. Wobei es natürlich, ja, Geduld fordert. Keine Frage. Und vom Design her müssen wir mal schauen. Im Zentrum hat er Minenwerfer auf 5 Stück. Auf 5 Stück. Alle schon auf 5. Hat Magiertürme hier auf 4. Die Luftabwehr hat er auf 4. Das heißt, es geht in Richtung Gemax. Der Rathaus Level 7 Base. Kanonen hat er auf 8. Bogenschützentürme hat er auf 8. Barbarenkönig ist auf 1. Also ich sag mal so, wenn du die Geduld hast, würde ich es mit den Mauern durchziehen. Dass man wirklich sagt, du bemühst dich noch alle auf die höchste Stufe zu bringen. Wenn du sagst, nee, mach ich nicht, dann auch kein Problem. Also 7 ist schon mal nicht schlecht. Aber es ist natürlich, äh 6, Entschuldigung. Wäre natürlich nicer, wenn es durchzieht. Also ich bin ja selber gerade dabei von 7 auf 8 Upgrade. Und ich weiß, es ist recht langweilig. Aber wenn man Geduld hat, würde ich es durchziehen. Wäre vielleicht auch nochmal eine Überlegung, ob du denkst, nicht doch auf die Farm-Taktik umzusteigen. Von Pokalen bist du ja mit 1.400 eh nicht so hoch. Ob man da nicht einfach schaut, dass man ein bisschen besser noch an Ressourcen drankommt. Glamburg könnte man dann auch schöner mittig setzen. Und sonst vom Design her, ja, ist es solide. Ich sag, bei Rathaus 7, klar, man hat noch nicht so viel. Hat weniger Mauern, hat weniger Verteilungseinheiten. Das finde ich, sieht von der Pokal-Base wirklich solide aus. Aber mein Tipp wäre einfach zu sagen, du schaust lieber ein bisschen, dass du auf Pokale nicht gehst, sondern einfach lieber auf die guten alten Ressourcen und so, sag ich dann mal, ja, das Ganze rausschmeißt, was deine Farm-Idee angeht und vielleicht doch mal wieder klassisch, was deine Farm, was ist denn los, was deine Pokal-Idee angeht und lieber klassisch Richtung Farmen gehst. Als nächstes haben wir hier, schauen wir mal, schreibt mir mal in die Kommentare, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, das auszuprobieren und ich habe es auch noch nie ausprobiert, ob das Ganze auch ohne die Raute geht beim Suchen. Ich möchte mich jetzt hier nicht abmühen und schon alles tippen und dann enttäuscht werden. Und das haben wir hier noch V, P, Q. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Kok Extreme, Name Faisal 1, 1400 bis 1500 Pokale. Dann gehen wir doch gleich mal in den Bereich hier runter. Da haben wir einen Mitanführer, Level 90, 1463 Pokale, ich tippe mal auf Rathaus 8, vielleicht 9 sogar. Und jo, 9 ist es in der Tat bei Level 90. Ja, sage ich mal, ist ja auch die Anforderung, wenn man bei uns in den Clan will, dass man mindestens Level 90 ist und Bogen 6 hat. Und wenn wir hier mal reinschauen, sehen wir gleich, Bogen 6 hat er auch. Also das schaut gut aus. Und Rathaus 9, ihr wisst, ich bin dasselbe auch. Das heißt, kann dahingehend wirklich immer gut mitreden, wie es momentan aussieht. Mauern alle auf 7, ist schon mal solide. Ganz klar, bevor man auf Rathaus 10 geht, alle auf 8. Auf den ersten Blick muss ich eh sagen, ist es so eine durchschnittliche Rathaus Level 9 Bess, also weder gerade am Anfang noch, sage ich mal, kurz vorm Gemax sein. Magier-Türme können alle aktuell noch eine Stufe geupgradet werden. Kanonen können noch von 10 auf 11. Erste Minion-Werfer läuft hier gerade auf 7. Der zweite auch. Einen hat er schon und einer fehlt noch. Hier wird gerade noch ein Bohrer geupgradet auf Level 5, was ich auch wirklich empfehlen kann, gerade wenn es auch bald das Update kommt, dunkle Bohrer oder Bohrer für dunkles Elixier. Einfach schnell upgraden. Ohne, dass ihr viel macht, wird im Hintergrund dunkles Elixier gebildet. Ihr könnt eure Helden verbessern, ihr könnt in der Kaserne beziehungsweise im Labor die Truppen upgraden. Golem ist meiner Meinung nach da mit so die Nummer 1, die geupgradet werden sollte. Deswegen bin ich auch wirklich ein Fan von schnell geupgradeten Bohrern für dunkles Elixier. Helden hat er auf 9 und auf 5 und vom Base-Design her Glamburg wunderschön mittig platziert. Ebenso hat er seine Helden dunkle Elixier am Start. Die Bohrer für dunkles Elixier, ja, sage ich mal, sprechen wahrscheinlich dafür, dass er wirklich ganz aufs dunkle Elixier geht. Man könnte es hier in der Mitte natürlich ein bisschen blitzen, was ich auch immer mal wieder merke, was mich einfach jemand angreift und der blitzt auf mein dunkles Elixier-Lager drauf und holt sich dann da doch gut was weg. Aber ansonsten finde ich, es sieht solide aus, ist in viele Bereiche unterteilt, die Ressourcen sind recht gut geschützt, haben einen schönen Kern hier, die Magiertürme zwischen den Gold- und Elixier-Lagern, in der Mitte die Minenwerfer, die anderen ein bisschen weiter außen. Aber finde wirklich, das schaut recht solide aus und ich würde da einfach fleißig weitermachen in diese Richtung. Dann sollte da, denke ich, auf alle Fälle auch was drin sein. So, dann schauen wir mal, wen wir uns heute als drittens im Bunde noch schnappen. So, was haben wir hier? Schauen wir mal, ob wir den finden. Das ist mal ein längeres Klangkürzel. Und ich würde sagen, wir schauen, was uns hier jetzt gleich erwartet. So, was haben wir? 9, 9, j, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, und dann haben wir Y, Y, G, O. So, und wir haben hier Marc-Andi, das passt. Und er heißt, da muss ich kurz auch für mehr Anzeigen gehen, der Kuchen-Pokeys 1575. Ne, jetzt ist er gerade ganz oben mit 1647, ist auch mit Anführers Level 77, das heißt, hier tippe ich jetzt auf Rathaus 8, dann hätten wir eigentlich einen richtig gesunden Mix. Und so ist es auch eine Farm-Base, Rathaus ist zerstört, soll uns beim Wert nicht weiter stören. Das heißt, wir haben die großen drei oder die weit verbreiteten drei dabei, Rathaus 7, Rathaus 8 und Rathaus 9. Und jetzt schauen wir mal, was uns hier bei ihm erwartet. Auch ganz guter Vergleich, wir hatten ja jetzt momentan hier davor eine Rathaus Level 9-Base. Er geht auch aus Farmen, dunkle Elixier in der Mitte drin. Klanburg verhältnismäßig weit außen. Auch noch, sage ich mal, eine Belohnung drin von einem gewonnenen oder eventuell nicht gewonnenen Klanburg. Schauen wir mal, was da drin ist. 300.000 von beiden. Ja, das könnte, glaube ich, ein Sieg gewesen sein, mit vielleicht nur einem Angriff oder einem Angriff von einer Niederlage. Und ich würde die Klanburg auf alle Fälle mittiger platzieren. Ansonsten Ressourcenschutz ist geboten. Minenwerfer, Magiertürme und die Elixier- und Goldlager sind schön in der Mitte. Der Rest ist außen verteilt. Kanonen auf 10, Magiertürme auf 6. Also das geht langsam, sage ich mal, Richtung Gemaxte. Rathaus 8-Base. Würde ganz, ganz klar die Mauern bis 7 noch durchziehen, gar keine Frage. Alles Weitere, sage ich mal, ist dann optional, wie man eben Lust und Laune hat, das noch zu machen. Aber vom Design her, eigentlich sieht es nicht schlecht aus, was mir wirklich nicht so gut gefällt, ist die Klanburg. Die, finde ich, ist einfach, was das Verteidigen angeht, auch wenn es jetzt kein Klanburg ist, doch ganz gut geeignet. Von daher würde ich die ein bisschen mehr in die Mitte ziehen, aber das Restliche schaut solide aus. Schauen wir mal noch hier mal in seine Stadtsreihe. In Golem hat er auf 1, die ganzen Dunklen auf 1, Pekka auf 2, Drache auf 2. Ja, schaut auch solide aus. Barbarenkönig auf 5 mittlerweile. Die Spells hat er auf 4, 4 und 4. Also schaut insgesamt solide aus und ich würde einfach, sage ich mal, fleißig weitermachen und schauen, dass man wirklich sich bemüht, dass die Mauern noch versichert werden. Das ist mehr oder weniger bei euch allen Dreier. Aber Mauern macht schon auch was aus. Und wenn man schon dabei ist und angefangen hat, finde ich, macht es doch auch Sinn, das durchzuziehen. Jo, ich würde sagen, das war so ein heutiges kleines Special mal wieder, wo ein paar Bases abchecken. Hoffe natürlich, dass euch sowas gefällt. Dann konnte ich auch unter diesem Video gerne bewerben. Das heißt, wenn ich dann so in einer Woche oder so wieder ein paar Bases abchecke, schaue ich einfach unter das heutige Video wieder drunter und wähle dann die ein oder andere Base aus. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.